Ob groß, ob klein. Hier im Romantik-Restor Laubrecht haben alle Spaß. Die Eltern können völlig in Ruhe ihr Essen genießen und ihr kühliges Getränk zu sich nehmen, wenn die Kinder völlig unbeschwert spielen können. Aber auch jeder andere Gast kann sich hier wohlfühlen. Und egal in welcher Altersgruppe. Wir freuen uns auf euren Besuch. Und falls es mal regnen sollte, haben wir auch innen zwei wunderschöne Restaurants mit 20 Plätzen und mit 30 Plätzen, sodass man auch hier das schlechte Wetter jederzeit kulinarisch verwöhnt wird.